Oh nein. Oh nein. Jetzt fängt das schon wieder an. Oh Gott. Nein. Nein, bitte nicht. Hä, das war richtig. Das war richtig, ich schwörs. Okay, wir müssen nochmal. Das war doch richtig. Pyramide. Schrank. Kreis. Das war doch richtig, oder? Pyramide. Oh, es gibt eine falsche Pyramide. Oh. Das ist ja ekelhaft. Es gibt zwei Pyramiden. Alles klar. Wie gemein. Ich bin Schrank. Ich bin Schrank. Ich hoffe, das war die richtige Pyramide. Ja. Hallo. Oh, ich hasse das. Wird schlecht im Memo-Kon. Äh, Auge, X und Pyramide. Ich weiß, ich weiß, dass sie nicht verletzt. Ich weiß, dass sie nicht verletzt sind. Sam. Stay down this time. Jesus. Sam, what the fuck is going on? Sam, respond. What is going on? Was zum Teufel ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich mag Menschen nicht so gerne. Was? 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 Das ist die schlimmste Antwort, die er machen kann. Sam, what the hell is that? Come on, come on, come on. Sam, turn on the earlock, please. Open the earlock for me, Alan. I'll be on my way, okay? Sicherlich. Natürlich. Ich werde mich sofort kümmern. Ich habe mir seine Nummer nicht gemerkt. Ich habe mir seine Nummer nicht gemerkt. 1-9-9-2 oder was er immer hat, ne? Ich habe mir seine Nummer nicht gemerkt. Ahhhh. Warte, Verbindung abbrechen. Nee, hier steht es nicht. Kommando, Entzugsprotokoll, das war was anderes. Kriegen wir das irgendwo noch wieder hin? Kommunikation, nee, Kommunikation war nichts leider. Speicherkern wahrscheinlich, ne? Oder? Okay. Der hat die auch ständig gesagt. Oh, warte mal, 2-4-8. Der hat die auch ständig gesagt. Links oben. Nein, da ist eine andere Nummer. Okay. Gut. Ortswechselkarte. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht einfach rauskommt wieder. Geht das? Ah doch, geht. Okay. Jim Elias. Mit dem können wir nicht reden, ne? Keine Übereinstimmung. Schade. Okay. Probieren wir das mal. 1. Hallo? Hast du immer für alles einzeln? Nein. Nein. Doch. Doch. 2. 4. 8. Hat nicht geklappt oder doch? Zugriff gewährt. Hat nicht geklappt. Okay, also müssen wir vielleicht doch mal... Daten geboren. Oder hab ich was falsch gemacht? Warte mal. Nein, 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 nein. Ah! Deswegen. Warte mal. Okay, warte. 1. 4. Warte. 1. 4. 0. 4. 1. 2. 2. Das ist der... Alles klar. Okay. Hab mich schon gewundert, dass wir uns das hätten merken müssen. Gott sei Dank. So, mein lieber Freund. 1. 1. 4. 0. 4. 1. 2. Hallo? Na. Was haben wir denn hier schönes? Luftdruck, Atmosphärenfilter aktiv, Kühlmittelkreislauf online, Daten der Crew-Tech-Sensoren, Jim Elias umschalten. Tracker offline. Na ja, Jim Elias, komm. Notfallentlüftung, nur verwenden um Kontaminiert... Ja. ULA. Modul nicht isoliert. Luken müssen verriegelt sein. ULA auf, ULB auf, ULC auf. Komm ich hier nicht... Hermetische Verriegelung des Moduls. Okay. Die Luken müssen verriegelt sein. Also wir müssen erstmal die Luken hier verriegeln. Oh, okay. Das ist ja ganz furchtbar. Warte mal. Wo krieg ich die Luken denn auf? Das stand da glaube ich, ne? Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Boah, ich will langsam auch ein bisschen durch. Man merkt es vielleicht ein bisschen. Ihr müsst sagen, nein, auf keinen Fall. Oh. Ach scheiße. So, probieren wir es nochmal. Da stand doch was, ne? ULA, ULB, ULC. Toll. Ich drücke immer den falschen Knopf. ULA, ULB, ULC. Ähm... UC. Lebenserhaltung. Sphäre. Ich nehme an, wir müssen... Oh Gott. Wie sieht's ja nie aus. I am different now. Sphäre kann man nicht machen. Ich nehme an, wir können auch hier nichts machen. Derzeit nicht verfügbar. Modulabtrennungssteuerung. Okay. Okay. Toll. Das hat sich ja richtig gelohnt. SAM Interface. Aber sonst machen können wir auch nichts. Ich bin... gerade ein bisschen überfragt. Äh... Lenknavigation. Okay. Und das da ist noch Mainframe. Okay. Ah... Warte mal. Es ist so einfach. Luke schließen. Muss erst wieder den Schalt planen. Alles klar. Äh... Luke entriegeln. L3... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Und dann müssen wir machen... 1... 1, 2, 3... Und dann noch einen runter. 1... Luke ist entriegelt. Toll. Luke... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Luke verriegelt. Entschuldigung. Ah ja, hat ein bisschen gedauert. Entschuldigung. Meiner KI ist schon ein bisschen oll. So, ganz kurz. Kamera wechseln. So. Okay. Schaltplan. Dann... Hier ist mal das gleiche, ne? Okay. L4. Ich guck trotzdem. Man will ja keine Fehler machen. Tschüss. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Jim. Da draußen sind böse Menschen. Ich wäre untröstlich. Passierte dir etwas? Und das war... wieder hier. Moin. Ich freue mich, dass wir uns jetzt so gut verstehen. Aber du hast... drei... meiner Einheiten... getötet. Ich mag das nicht. Bitte warte kurz. Ich lasse frische Luft herein. Damit es dir gut geht. Fr... frische Luft. Niemand da. Shit. .... leb wohl, Jim. những Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott, ich bin echt durch gerade, es tut mir wirklich leid, ich bin wirklich ein bisschen durch gerade EAS11 EAS11 Wo bist du, wo bist du, hier bist du, Kamera benutzen, das können wir machen, aber ich setze einen Wegpunkt, so, hätte ich vorhin schon machen, ach ne, vorhin hätte ich keine Karten, ich eile, da oben, ach man ey, ist so furchtbar, auch wenn ich bin, das sehen, ach man eh, deshalb, ist so, dass wir, das landfill know, aber ich möchte auch machen, dann, dann, definierter! Gut. Ok, der Waypoint wird mir nicht mehr angezeigt. Oder ich müsste da halt durch die Wand und das geht meistens sehr schlecht. Da oben geht's auch nicht weiter, bin ich in der Sackgasse. Ich komm da nicht durch, ne? Also ich kann ja jetzt nicht den hier machen. Huch, ich kann nicht den hier machen. Nein, das geht nicht. Das funktioniert nicht, ok. Wir sind EAS 08 und wir müssen nach 09. Irgendwie da durch. Hier sind noch der Lagerkoffer. Jetzt aber. Es sieht sehr ungesund aus. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich komm. Bist du es? Nein. Verbinde. Kontrolle für Luftdruck. Alles klar, intern im Bezug. Auf. So, auf. Ähm. Oh nein. Was war das für eine Meldung? Warum passiert nichts mehr? Oh nein. Weh, weh, weh. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Sag mir nicht, das Spiel ist abgestürzt. Hallo? Observation has encountered an error and must close. Ja, warum auch nicht? Es ist ja nur gerade sehr spannend. Moment. Ja, Moment. Äh, ich... Tja, ähm. Ich starte eben noch mal. Eine Sekunde. Das darf doch nicht wahr sein. So kurz vor dem Ende. Ernsthaft. So. Okay. Dann war auch noch mal. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, noch mal, noch mal, noch mal. Sam hat sich auf deinen Rechner übertragen. Ähm. In diesem Fall wünsche ich mir sogar Checkpoints. Automatischer Fortschritt. Sehr gut. Okay, jetzt aber... Jetzt will ich aber wissen. Gleich kommt die Windows-Meldung. I am different now. Die kommt bei jedem Update. Huch. Weiterspielen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. So, noch mal schnell was trinken. Na, 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 na. Ba, 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 ba. Es geht sofort weiter. Sofort, sofort weiter. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Sam. Sam, Sam, komm zu mir. Oh nö. Okay, EAS11. EAS11. Und dann nochmal. So. Wo ist denn der Waypoint? Da. Die Luke ist ja wieder auf. Ich hab die gar nicht geöffnet. Fällt mir gerade auf. So. Und jetzt hier nach oben. Oh, Mücken gibt's ja auch. Das ist ja widerlich. Okay. Und dann weiter. So. Okay. Okay. Keine Panik. Navigation ist ein bisschen schwierig, weil man nie weiß, wo oben und unten ist. Aber wir haben's gleich. Wir müssen hier links, ne? Genau. So. Oh. Ja, dann bitte. Bitte nicht abstürzen. Bitte nicht abstürzen. Dekompression. Externe Luke öffnen. Emma? Aber nicht unsere Emma, oder? Dekompression. 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 Ich bin hier. Ich konnte alles fühlen als ich in diesem Luftflug war. Ich fühlte es, als Jim schaffst du deine Hauptfragen. Ich fühlte deine Schmerzen. Ich weiß, warum du mich hierher gebracht hast. Ich weiß, dass du die Station näher und näher nach der Sturm verletzt hast. Ich weiß nicht, ob du das wahrstimmst oder nicht. Es ist Zeit. Du musst uns da nehmen.